Stabilisierung in Zeiten des Umbruchs, wo Verunsicherung hoch 3 herrscht, bei dem, was sich alles verändert, ist das wichtigste Fundament und die Stabilisierung in diesen Zeiten des Umbruchs ist nach wie vor das Werkstattgeschäft, das Teilegeschäft, also der gesamte After-Sales. Projekte entwickelt, ein Start-up entwickelt, das nennt sich Autoflat, den After-Sales stabilisieren, ganz neu ausrichten. Das Werkstattgeschäft ist gleichermaßen chancenreich wie anspruchsvoll. Ein enormer organisatorischer Aufwand und Personaleinsatz ist nötig. Aufwand dramatisch und drastisch reduziert und die Kundenbeziehung entspannt sich ganz spürbar. Der Kunde zahlt eine überschaubare Monatsgebühr und hat dafür alle Werkstattleistungen inklusiv. Kein Stress mehr mit Auftragserweiterungen, Rechnungserklärungen, mit unserem webbasierten Full-Service-Flat-System durch automatisierte Workflows, die fünf wichtigsten Mehrwerte. Erstens, höhere Kundenzufriedenheit. Zweitens, administrative Entlastung. Drittens, mehr Liquidität. Viertens, bessere Betriebsergebnisse. Und fünftens, loyale Kunden.